Hallo meine Lieben, willkommen zu meiner Acker Review. Ich wollte einfach mal ein bisschen so erzählen zum Acker, weil da immer mehr Fragen kommen. Und ja, das ist das Video dazu. Ich weiß nicht, ob sich überhaupt Leute anschauen, ob sich überhaupt Leute dieses Video anschauen, die sie für Beauty interessieren. Aber ich habe mich heute wieder mit der Urban Decay Weißdrei Palette geschminkt. Heute recht natürlich, was ist natürlich, aber halt nicht bunt. Ist jetzt aber auch schon den ganzen Tag alt. Also ich habe mich heute Morgen so gegen sieben geschminkt und jetzt ist es, Moment, viertel nach fünf. Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Man kann also auch was Natürliches damit schminken, wollte ich damit sagen. So, vielleicht beginne ich einfach mal damit, wie ich dazu gekommen bin, einen Acker zu mieten. Ich bin ja unglaublich aktiv, was Pflanzen und so anbelangt. Und habe mir damals eben auch wirklich immer eine Wohnung gesucht mit Balkon oder wenigstens einer breiten Fensterbank, wo man ein bisschen was anpflanzen kann. Und so nach und nach wollte ich halt irgendwie immer mehr machen. Mehr Sachen, mehr Platz kann man ja natürlich auf dem Balkon nicht einfach so bewerkstelligen. Ich glaube, jetzt sind gerade zwei Fliegen hier so vor der Linse langgeflogen. Und ja, wir haben uns eigentlich zuerst überlegt, Schrebergarten. Aber erstens ist es schwierig, da irgendwie an was ranzukommen. Dann ist es sehr teuer. Es ist eben meistens dann auch noch mit einem Häuschen. Das heißt, da sind einfach mehr Kosten mit verbunden. Strom, weiß ich nicht was. Und ja, wie gesagt, schwer ranzukommen. Und ich habe eben dann irgendwie im Internet gesucht. Und ich glaube, ich habe eben Sachen eingegeben wie Gemüse selber ziehen, meinen Acker, solche Geschichten. Und bin dann nach und nach auf diverse Seiten gestoßen, auf die ich jetzt auch noch näher eingehen möchte. Und ja, so hat das alles angefangen. Ich weiß nicht, was ich von den beiden Sachen zuerst entdeckt habe. Ackerhelden oder meine Ernte. Ich glaube, das sind so die beiden, die die größten Organisationen, sage ich mal, die es in diesem Bereich gibt. Und da werde ich euch natürlich auch einen Link in die Infobox setzen, damit ihr euch da einfach mal ein bisschen informieren könnt. Aber ich habe mir auch ganz viel rausgeschrieben, was ich euch eben jetzt auch sagen möchte. Wie gesagt, es gibt eben Ackerhelden und meine Ernte. Und wir sind bei keiner dieser beiden großen Organisationen, sondern haben unsere Ackerparzelle auf einem Acker von einem privaten Bauern. Und es ist dadurch auch billiger. Und ja, schaut da einfach mal. Was ich dann eingegeben habe, war Gemüse selbst ernte, mein Acker, eigene Acker, solche Sachen. Und dann eben mit eurer Stadt in Verbindung bei Google. Vielleicht findet ihr da ja auch was. So, vielleicht erstmal, man hat einen Acker immer für eine Saison. Das ist meistens von Mitte Mai, weil da eben die Eisheiligen vorbei sind bis Oktober beziehungsweise November. Das variiert wahrscheinlich immer. Wahrscheinlich kommt es auch aufs Wetter drauf an. Wenn es natürlich jetzt Anfang November schon total am Schneien ist und weiß ich nicht was, hat es auch keinen Sinn, den Acker noch weiter zu haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Jo. Vielleicht kommen wir jetzt erstmal zum Preis beziehungsweise zur Größe. Ich fange jetzt einfach mal an mit Ackerhelden. Ackerhelden haben Ackerparzellen mit einer Größe von 40 Quadratmetern. Und jetzt gibt es im Moment noch den Frühbucherrabatt, sage ich mal. Das heißt, der gilt bis zum 31. Oktober. Und da zahlt ihr für diese 40 Quadratmeter, ich habe mir das hier alles aufgeschrieben, darum schaue ich jetzt nach unten, 238 Euro. Später 248, also es wird eben 10 Euro teurer. Bei meiner Ernte könnt ihr zwischen einem 45 Quadratmeter großen, einer 45 Quadratmeter großen Ackerparzelle und einer 85 Quadratmeter Ackerparzelle entscheiden. 45 werden wir wahrscheinlich mittlerweile zu klein, aber das muss man eben selbst wissen. Ja. Ja, muss jeder selbst wissen. Die 45 Quadratmeter kosten bei meiner Ernte 179 Euro und die 85 Quadratmeter 329 Euro. Und das finde ich extrem teuer. Also beide. Also ja, ich weiß nicht. Wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, das bei so einem privaten Bauernhof zu machen, würde ich wahrscheinlich trotzdem eins dieser beiden wählen, weil mir das das einfach wert ist. Aber ich sage jetzt mal zum Vergleich, was ich zahle. Unser Ackerparzelle ist 80 Quadratmeter groß und wir zahlen knapp 200 Euro. Heißt, wir zahlen jetzt nächstes Jahr 230 Euro, wobei diese 30 Euro Kaution sind, die wir am Ende der Saison zurückbekommen. Da geht es einfach darum, dass man logischerweise verschiedene Ranghilfen, Schildchen, Windräder und solche Geschichten auf dem Acker hat. Und das natürlich für den Bauer immer Arbeit ist, das alles erstmal wegzunehmen, bevor er da eben mit seinem Traktor, wie auch immer das heißt, rüberpflügen kann. Und ja, das ist eben die Kaution. Das heißt, ich zahle für 80 Quadratmeter 200 Euro. Und bei Ackerhelden müsstest du dir ja schon mal zwei Verzählen quasi holen. Dann wärst du schon mal bei, lasst mich kurz rechnen, da wärt ihr schon mal bei 500 Euro. Und bei meiner Ernst zahlt ihr für 85 Quadratmeter 329 Euro. Also da könnt ihr vielleicht schon mal sehen, dass das schon ein extremer Unterschied ist. Dennoch, wie gesagt, ich glaube Ackerhelden wären mir ein bisschen zu teuer. Aber ich sag euch gleich auch nochmal, was vielleicht der Grund dafür sein könnte, dass es so extrem viel teurer ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht in die Infobox nochmal schreibe. Obwohl, nee, ich schicke euch einfach die Links zu den beiden Seiten unten rein. Und dann könnt ihr euch da einfach mal selbst belesen. So, zum Thema Bio oder nicht Bio. Ackerhelden ist Bio. Die schreiben auf ihrer Seite, dass es Demeter, Naturland und Bioland Qualität ist. Wohingegen meine Ernte eben nicht Bio ist. Da muss eben jeder wieder selbst entscheiden, was er möchte. Ja, sind eigentlich, ja, mein Acker ist auch Bio, es ist Demeter Qualität. Da muss man einfach wissen, ob einem das wert ist, sag ich mal. Weil, ja, also Ackerhelden ist wie gesagt extrem teuer. Und ich finde es aber ganz schön, weil eben dann auch nicht die Leute mit weiß Gott was allem die Sachen düngen, was ja alles in die Erde geht. Und eure Pflanzen eben dann auch wieder aufnehmen. Selbst wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, nur Bio-Sachen zu verwenden. Bei meinem Acker ist das so, ich nehme an, das wird wahrscheinlich bei Ackerhelden dann auch so sein, weil sonst würde es keinen Sinn machen, dass man auch nur Bio-Samen nehmen darf. Also, bei uns ist das so, dass ich nicht unbedingt nur Demeter-Sachen nehmen muss. Es muss aber Bio sein. Wenn ich was vorziehe, muss ich das auch in Bio-Erde tun und so weiter und so fort. Also, es muss wirklich alles Bio sein bei mir. Da ist man natürlich auch ein bisschen eingeschränkt und es ist auch meistens ein bisschen teurer, solche Samen zu kaufen. Aber, ja, Bio, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir sind eigentlich ganz glücklich damit. Jetzt dieses Jahr habe ich natürlich wieder ein paar Samen von meinen Früchten, Obst, nicht Obst, von meinem Gemüse gesammelt. Was ich eben nächstes Jahr wieder neu habe und im Endeffekt muss man sich so Samen-Tütchen wahrscheinlich nur ein einziges Mal kaufen. So, habe ich jetzt alles gesagt? Ja. Wie gesagt, meine Ernte ist kein Bio. Vielleicht zur Bepflanzung. Zur Bepflanzung. Bei allen drei Varianten sind die Acker bepflanzt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr irgendwo in der Ecke einen Bauern, der sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Fände ich ziemlich cool persönlich auch, wobei das auch seine Vorteile hat. Also ich sage noch mal ganz kurz was dazu. Ackerhelden und meine Ernte hat über 20 Gemüsesorten schon vorgepflanzt. Ich weiß nicht, ob da auch Blumen dabei sind, könnte ich mir aber auch vorstellen. Und jetzt zähle ich einmal kurz durch, wie viel wir hatten. Also wir hatten auch 20 verschiedene Gemüsesorten und wir hatten dann noch drei verschiedene Blumen. Ich kann euch mal eben vorlesen, was wir eben auf unserem Acker hatten. Einfach nur, weil das wahrscheinlich so Sachen sind, die relativ ähnlich sein könnten auf den anderen Ackern. Wir hatten Zwiebeln, Schnittlauch, Petersilie, Weißkohl, Rotkohl, Kohlrabi, Würsing, Spitzkohl, Rote Beete, Bohnen, Rucola, Dill, Sellerie, dicke Bohnen, Zucchini, Kürbis, Kartoffeln, Karotten, Erbsen, Spinat und Radieschen. Und dann hatten wir eben noch dreierlei Blumen. Das waren zum einen Zinien, Löwenmäulchen und Sonnenhutsch. Hutschbeekchen nennt man die auch, vielleicht kennt ihr die unter dem Namen. Und ja, das waren die Sachen, die wir eben auf unserem Acker hatten. Es hieß ursprünglich, dass man eben irgendwie dann einen bestimmten Platz hat, wo man eben noch selbst Sachen dazu pflanzen kann. Im Endeffekt haben wir das einfach überall zwischengesetzt, wo es möglich war. Wir haben am Anfang auch ein paar Sachen umgepflanzt, was nicht so eine gute Idee war. Darauf gehe ich aber gleich noch ein. Und was wir eben noch dazu gepflanzt hatten, waren Tomatensonnenblumen, noch ein paar Blütenmischungen. Da habe ich vor allem essbare Blütenmischungen genommen, weil man die eben auch noch essen kann. Mais, Gurke, Mangold, Rettich, Aubergine, Paprika, Chili. Und außerdem habe ich noch ein paar Bohnen und Erbsen und Karotten nachgesät. So, dann werde ich auch das öfteren gefragt, wie viel Zeit man denn für so einen Acker investieren muss. Ich habe ja jetzt Mitte des Jahres, ja Anfang Mitte des Jahres mein Studium beendet und hatte erstmal noch keinen Job. Das heißt, ich hatte extrem viel Zeit und war jeden Tag auf dem Acker. Und zum Teil war ich da auch fünf Stunden auf dem Acker, was aber nicht heißt, dass ich fünf Stunden dort gearbeitet habe. Sondern ich habe da natürlich auch viele nette Leute kennengelernt, mit denen ich dann meine Zeit verbracht habe. Wir saßen dann irgendwie zusammen, haben gequatscht, haben Kaffee getrunken, erzählt. Und ja, ist einfach schön. Ich habe euch ja Bilder gezeigt. Ich kann euch nachher auch gerne nochmal ein kleines Bildersammelsurium hinten ranhängen. Es ist einfach eine schöne Atmosphäre. Und ja, darum habe ich sehr viel Zeit am Anfang bis Mitte des Jahres auf meinem Acker verbracht. Jetzt, wo ich arbeite, ist das natürlich eine andere Sache. Wobei ich auch sagen muss, jetzt wird eben langsam auch schon früher dunkel. Jetzt ist es halt um sieben schon fast dunkel. Da habe ich eben dann, also ich persönlich jetzt nach meiner Arbeit gerade mal noch zwei Stunden. Wobei sich das im Oktober ja auch schon wieder verkürzt. Zeit wird umgestellt und so weiter. Was ihr aber, das müsst ihr natürlich nicht tun, wie ich das mache. So exzessiv, weil ja, muss man nicht tun. Ich glaube, uns wurde gesagt, dass man so ein bis zwei Stunden die Woche einplanen sollte. Was ich persönlich ein bisschen wenig finde. Vor allem im Frühsommer, Sommer. Weil da das Unkraut einfach sprießt wie verrückt. Und wenn ihr da nicht hinterher seid, dann wachsen eure Sachen eben einfach nicht so gut. Natürlich müsst ihr nicht euer ganzes Feld Picobello haben. Kein einziges Unkräutchen muss da stehen. Aber um die Pflanzen herum sollte eben schon immer genug weggemacht werden. Einfach damit die Pflanzen sich besser entwickeln können. Die Wurzeln besser wurzeln können. Und ja, sie einfach gut wachsen können. Dann kommt es natürlich wieder darauf an, wie viele Leute seid ihr. Wenn ihr das jetzt alleine macht, braucht ihr natürlich viel mehr Zeit, als wenn ihr das mit eurem Partner zusammen macht, mit Freunden zusammen macht, mit einer Gruppe zusammen macht. Wo man sich dann auch absprechen kann. Und der geht mal dann, der geht mal dann, man geht zusammen und so weiter. Das sind alles so Faktoren. Und es kommt eben auch darauf an, was ihr pflanzt. Weil zum Beispiel Zucchini. Eigentlich will ich da gleich noch drauf zukommen. Ah ne, wir sind schon bei dem Punkt. Okay. Es kommt eben auch darauf an, was ihr pflanzt. Weil zum Beispiel Zucchini, wer mir bei Instagram folgt, weiß, wie viele Zucchini ich geerntet habe. Allein von einer einzigen Pflanze habe ich wahrscheinlich an die 25 Zucchini geerntet. Und ich habe sie nicht alle jung geerntet. Jung heißt für mich so eine Größe, wie man sie auch im Supermarkt bekommt. Nein, ich habe zum Teil solche Brummer gehabt. Und ja, darum solltet ihr regelmäßig da sein, um eben sowas zu verhindern. Ich meine, ich war jeden Tag da, aber ich habe irgendwann dann gedacht, so nee, ich möchte diese Zucchini nicht mitnehmen. Mein ganzer Kühlschrank ist voll mit Zucchini. Ihr müsst einfach mal auch gucken, welche Sachen esse ich gerne, was möchte ich wirklich auf meinem Acker haben. Ich bin Zucchini-Fan, aber irgendwann hatte ich einfach auch keine Lust mehr. Und ja, solche Sachen solltet ihr euch vielleicht im Vorhinein überlegen. Es ist immer gut, sich früh genug Gedanken darüber zu machen, was man im nächsten Jahr machen möchte. Weil viele Sachen muss man eben schon im Februar anpflanzen. Ja, das ist jetzt aber eigentlich überhaupt nicht das Thema gewesen. So, was wollte ich noch sagen? Zeit? Ja, okay. Ja, dann wollte ich noch ein bisschen darauf eingehen, was gut auf dem Acker gegangen ist und was schlecht auf dem Acker gelaufen ist. Gut sind gelaufen, wie gesagt, die Zucchini. Zu gut fast schon. Mangold haben wir auch Unmengen. Liegt aber auch daran, dass sie einfach zu viel gesät haben. Und Kürbisse haben wir auch einige. Wir haben Hukaido-Kürbisse, wobei ich mir wahrscheinlich für nächstes Jahr auch ein paar dieser Halloween-Kürbisse pflanzen möchte. Und was nicht gut gelaufen ist, beziehungsweise, ja, wo es Probleme gab, ist zum einen der Spinat. Und, ja, was heißt Probleme? Der ist sehr früh da gewesen. Ich glaube, man hat ihn schon eine Woche, nachdem wir den Acker übernommen haben, ernten können. Das war Mitte Mai. Und, äh, der ist sehr schnell geschossen. Es war eben auch sehr warm. Das heißt, er ist sehr schnell geschossen. Man konnte gar nicht so viel rauchen, wie man, äh, da hatte. Und das war ein bisschen blöd, aber es lag eben, wie gesagt, auch am Wetter. Wenn man natürlich Spinat über alles liebt, kann man das auch alle schneller verkochen. Wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema. Ihr müsst einfach gucken, was ihr gerne esst. Ähm, dann. Äh, was bei uns das Problem war, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht bei anderen Ackern auch so ist. Ähm, wie gesagt, wir haben am Anfang alles vorgepflanzt gehabt. Ähm, und der Salat war auch vorgepflanzt. Wir hatten drei Reihen Salat. Ah, ich würde mal sagen, sechs, sieben Salatköpfen. Da könnt ihr euch ja schon mal ausrechnen, wie viel Salat das wirklich ist. Ähm, ja, es ist einiges. Und es wird eben alles gleichzeitig reif. Äh, natürlich könnt ihr gucken, dass ihr am Anfang vielleicht so einen kleinen Salat schon erntet. Aber irgendwann habt ihr trotzdem diese fetten Salatköpfe und ihr müsst sie verbrauchen. Ähm, das ist was, was ich persönlich uncool fand. Aber andererseits, was soll der Bauer machen? Wenn er euch dann nur drei Salate dahin macht, ist irgendwie auch wieder blöd. Ähm, ja. Das fand ich aber trotzdem nicht so toll. Dann hatte ich natürlich das Problem mit der Kohlhernie bei meinem Kohl. Eine Kohlkrankheit, die eben die Wurzeln irgendwie verkrüppeln lässt und so, dass sie eben keine Nährstoffe mehr aufnehmen können und kein Wasser. Ähm, das war sehr schade. Ich musste meinen ganzen Kohl eben rausreißen aus meinem Feld. Ähm, ja. Da kann man aber einfach nichts machen. Es gibt manchmal einfach solche Rückfläche. Sehr, sehr traurig war es auf jeden Fall trotzdem. Und dann schlussendlich die Braunfäule. Ich weiß nicht, wann begann das denn? Mitte August? Wo es dann angefangen hat, einfach nur noch zu regnen. Und gerade Tomaten und, ja, doch Tomaten vor allem, sind ja sowieso anfällig für die Braunfäule. Und die Braunfäule entsteht eben, wenn die Tomaten ständig von oben Wasser bekommen. Und wenn es regnet, ist das leider nicht zu vermeiden. Außer man baut sich eben irgendwie ein Dach oder so, was aber auf dem Feld irgendwie auch gar nicht so leicht ist. Weil am Ende wird das von einem Wünsstoß weggeweht oder so. Also, ja. Darum, ähm, ja. Die Tomaten waren leider, ähm, sie waren wunderschön am Anfang. Aber dann sehr schnell durch die Braunfäule wurden sie dahingerafft. Und, ja. Im Endeffekt habe ich vielleicht, ähm, zehn Cocktailtomaten geerntet. Ja. Nicht so viel. Und das Gleiche gilt eben auch für die Gurke. Ja. Der Regen. Der böse Regen. Obwohl man einerseits sich natürlich am Anfang gefreut hat, weil man nicht auf Gießen gehen musste. Aber, äh, ja. Irgendwann ist dann halt auch mal Schluss. Vielleicht noch was zum Gießen, genau. Ähm, ich weiß nicht. Viele vielleicht haben vielleicht einen Balkon und, ähm, pflanzen ihre Sachen in den Töpfen. Und da wisst ihr bestimmt auch, dass man da extrem aufgießen muss. Vor allem, wenn es wirklich heiß ist. Dann muss man an manchen Tagen morgens und abends gießen, weil sonst die Pflanze einfach nicht genug Wasser bekommt. Ist ja auch logisch, die ist ja begrenzt in ihrem Töpfchen. Aber auf dem Acker ist das eine ganz andere Sache. Ihr habt ja den Boden, der das Wasser speichert. Kommt natürlich auch drauf an, wie der Boden, ähm, beschaffen ist. Aber ihr müsst auf jeden Fall nicht so oft gießen. Ähm, bei manchen Sachen ist es sogar gut, wenig zu gießen. Wie beispielsweise Karotten oder generell Wurzellemüse. Weil ihr wollt ja, dass die Wurzel, in dem Fall die Karotte, möglichst lang, dick, groß wird. Und das schafft ihr natürlich damit, indem sie nach unten wachsen muss, um an Wasserreserven zu kommen. Versteht ihr, was ich meine? Natürlich gibt es auch manche Sachen, ach, es tut mir leid, ich habe hier irgendwie einen Mückenstich, da muss ich die ganze Zeit dran rumkratzen. Ähm, natürlich gibt es auch mal einige Sachen, die einfach mehr Wasser brauchen. Aber ihr müsst auf jeden Fall nicht so oft gießen, wie auf dem Balkon. Der Bauer, ähm, von dem wir unsere Parzelle gemietet haben, meinte, glaube ich, man muss allerhöchstens, aller, allerhöchstens einmal die Woche gießen. Ähm, wenn überhaupt. Ähm, ich habe mich am Anfang da nicht so wirklich dran gehalten, muss ich sagen, weil ich es eben von meinem Balkon auch anders gewohnt war. Aber, ähm, irgendwann habe ich dann auch gesagt, ja, nee, lassen wir es einfach mal und mein Zeugs ist eigentlich alles super geworden, muss ich ehrlich sagen. Also, weniger als mehr. Was ich noch sagen wollte, das hatte ich total vergessen, Freunde, in meinem, äh, Anfang. Ich wollte euch noch eben die Standorte der beiden, ähm, Anbieter sagen. Vielleicht könnt ihr euch dann gleich mal entscheiden für einen der beiden Links. Wir fangen mal an bei meiner Ernte. Meine Ernte gibt es in Aachen, Berlin-Wartenberg, Berlin-Rudorf, Bonn, Bonn-Buschdorf, Bochum, Bottrop-Kirch-Hellen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Norderstadt in Hamburg, Hamburg-Stapelfeld, Hannover, Heidelberg, Hürtsch, bei Köln oder Köln, wie auch immer, äh, Köln, Leverkusen, Münster, Oberhausen, Potsdam, Stuttgart-Müllhausen, Stuttgart-Möhringen, Wiesbaden. So, das war meine Ernte. Und zu Ackerhelden. Ackerhelden gibt es in Berlin, Bremerhaven, Braunschweig, Wolfsburg, Dorsten, Düsseldorf, München-Kladbach, Niederrhein, Ölixerheide, mein Gott, und, äh, Recklinghausen, Freiburg und Nürnberg. So, ähm, ich glaube, es waren recht viele Städte vertreten, ähm, falls eure Stadt eben, wie gesagt, nicht dabei ist, versucht das mal einfach mit dem Googeln und, ähm, ja, ich zucke euch ganz fest die Daumen, dass ihr auch bald einen Acker haben werdet. Falls ihr, ähm, das machen solltet, dann kontaktiert mich bitte irgendwie bei, äh, Instagram am besten oder auch bei YouTube, wenn ihr einen Kanal habt, weil dann könnte man ja irgendwie mal so eine, so einen kleinen Austausch machen, so, ne, versteht ihr, was ich meine? Ähm, das finde ich ziemlich cool. Ja, das war eigentlich auch schon fast alles. Ähm, vielleicht noch ein paar Sachen, die ich nächstes Jahr auf jeden Fall noch pflanzen möchte, die ich dieses Jahr vielleicht nicht hatte oder wenig hatte. Ich möchte auf jeden Fall mehr Auberginen haben. Ich hatte zwei Auberginen, äh, aber ich möchte gerne mehr haben. Ähm, ich werde mehr Blumen sehen. Ich habe ja auch schon ein paar Samen gesammelt. Da habe ich auch schon ein Video zu gedreht, zu dem Samen sammeln, ähm, habe ich aber noch nicht hochgeladen, kommt aber bald. Ich möchte unbedingt mehr Paprika und ich möchte mehr Chilis haben. Ähm, das ist einfach, die beiden Sachen möchte ich unbedingt mehr auf meinem Acker haben, weil die nicht so anfällig sind, was Regen anbelangt. Tomaten sind bei mir raus, Gurken sind bei mir raus. Ich werde Tomaten und Gurken vielleicht nochmal auf dem Balkon probieren. Tomaten auf jeden Fall, Gurken weiß ich noch nicht genau, aber nicht mehr auf dem Acker. Das war einfach nur zu deprimierend. Ja, das sind die Sachen, die ich noch hinzufügen möchte nächstes Jahr. Dafür werde ich eben dann auch ein paar Samen noch brauchen. Aber wie gesagt, ich habe eben einige Samen schon gesammelt und ich habe auch noch ein paar Sachen vom letzten Jahr. Also komme ich damit erstmal gut hin. So, ich glaube, jetzt habe ich erstmal mit dem Mund so selig geredet. Ich schaue mal nochmal, ob vielleicht doch noch ein paar Fragen bei Instagram oder YouTube hinzugekommen sind. Ich glaube aber kaum, weil ich glaube, die meisten interessieren sich da überhaupt nicht für. Ja, die Nina und Kurt hat eben gefragt, wie man an so einen Acker kommt. Habe ich euch erzählt. Und wie teuer das ist, habe ich euch auch schon erzählt. So, dann gucken wir nochmal bei YouTube. Und bei YouTube habe ich überhaupt keine Kommentare. Ich werde das Video jetzt einfach auch mal löschen, weil, ja, wir haben das ja jetzt schon durch. Ich bin ja gerade dabei, das Video zu drehen. Darum hat es jetzt keinen Sinn, falls ihr mir hier nochmal irgendwie was schreiben wolltet. Versteht ihr? Logisch, oder? So, alles klar. Vielen Dank fürs Zugucken. Wie gesagt, ich hoffe, ihr teilt meine Leidenschaft. Und wenn ihr ja, dann sagt mir da gerne Bescheid und wir können uns ein bisschen austauschen. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Genießt das schöne Wetter. Bei uns ist zumindest ganz schönes Wetter. Und, ja, bis ganz bald. Tschüss! Und, ja, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.